Herzlich Willkommen bei der Biologisch-Ästhetischen Zahnmedizin AG. Unsere Praxis für ganzheitliche Zahnmedizin befindet sich im historischen Stadtteil von St. Gallen, unmittelbar beim Hauptbahnhof. Unsere Praxis verfügt über modernste Technologie. Unser Panorama-Röntgengerät zum Beispiel belastet den Körper rund zehnmal weniger als herkömmliche Apparate. Unsere Philosophie ist komplett auf das Wohlergehen unserer Patienten ausgerichtet. Wir betrachten den Menschen in seiner Ganzheit, denn die Gesundheit der Zähne steht mit dem Wohlbefinden des Menschen in enger Beziehung. Unter anderem auch deshalb haben wir uns der metallfreien Zahnmedizin verschrieben und verwenden nur erstklassige Keramik für Kronen und Brücken. Zudem deckt unser eigenes Labor alle anderen Gebiete der modernen Zahntechnik ab. So zum Beispiel auch Bionatoren als Funktionskieferorthopädische Geräte. Sie wollen weiße Zähne, aber Ihre Zahnverfärbung ist nicht gleichbar? Die Antwort heißt Lumineers. Die dünnen Keramikschalen werden permanent auf Ihre Zähne geklebt, lassen Zahnlücken verschwinden und korrigieren bei Bedarf auch Ihre Zahnstellung. Unsere Angebotspalette ist groß. Für die Mundhygiene sorgt unsere Dentalhygienikerin. Sie kümmert sich auch um Zahnfleischprobleme und nimmt Bleachings vor. In Visaline ist die transparente Alternative zur Zahnspange. Ein virtueller 3D-Behandlungsplan zeigt die Abfolge von Bewegungen, die Ihre Zähne während der Behandlung durchführen. So sehen Sie im Voraus, wie Ihre Zähne nach Abschluss der Behandlung aussehen werden. Weitere Informationen zu unseren Angeboten finden Sie auf unserer Homepage. Biologisch-Ästhetische Zahnmedizin AG – Die ganzheitliche Zahnmedizin.